jetzt gewinnt forsen ist auf einmal wieder ihre spiele und damit herzlich willkommen zurück zu knack und back und decken weg danke denis aber haben wir nicht einen punkt vorne von nein wir waren für die für die ansonsten würde ich auch wohl haben wir haben sieben punkte vor schon kommen und schön dass ihr wieder da sagt ach ihr seid auch wieder da ja habe ich da hinten ja genau wie viele haben die nicht gewonnen und auf einmal können sie wieder ja ich meine die können wenn es auch ankommen ein gutes pferd wird in der fahne verrückt ja man muss auch ein kugel und wir sind hier war kreinig kugel hat es klappt ja klappt es klappt wir haben genau so aussieht wo ist mein feld selbst hinein der grube kremen was soll ich denn gegen die pressekonferenz geben ich dachte du liest ich dachte du sagst nein wäre schon genug gewesen ja nein ach so ok ich weiß man muss aber auch spieler spielen lassen die ich strahlen nach unten haben aber man kann trotzdem der kann trotzdem im ernst ja 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 also ja 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 ich kann wo ist eigentlich unser hier verteidiger ja da vorne auf der bank auf der reserve ja aber rechts aber warum spielt eigentlich anders und gar nicht mehr ähm war das nicht da der hat doch weil er nicht feiern letzte woche er spielt jetzt hinter den spitzen achso achso ok er kann hinter den spitzen jetzt ne dann hab ich ihn verwechselt guck mal ich habe gehört es gibt eine karte ich habe gehört es gibt eine karte ich bin auch noch mal bitte noch aber ich finde es sehr gut ich habe gehört es gibt eine karte ich kann es leider nicht machen lache ich wieder nur gegen oxford geil wenn wir uns gut anstellen dann können wir da vielleicht studieren mal ohne versprecher studieren papieren mach ruhig zu Ende ne los geht's die halbzeit haben wir auch noch ok nein mach ruhig zu Ende ich mach das richtig mal ich auch was auf jetzt bäm war meiner besser sind sowas von posten und rechts sei ja auch schön gemacht einer nee war das gut da war mit dem für spät oder ja war zu früh du hast die Pässe gesehen mit der Akte und alle das Akke Spitze und dann auch 1 2 3 glaube ich war dabei und das ist ja auch auch mal die Ehe ist in der Ausgabe der alle waren es im Spielern deswegen müssen wir auch so die Ehe der Hörer abkarschen Das ist doch lustig. Ich zur Schicksalobahn nicht. Nein, Mann. Nein, Mann! Wir müssen auch kommen. Ja, das habe ich gemacht. Hast du das Ding gesehen? Habe ihr gesehen? Nein.. Ich habe mir nichtsイend. was soll ich dann auch machen wir so annehmen ja aber ich hatte schon da auch da drückt damit der andere neben den beiden das kann man leider nie wieder abbrechen wir müssen noch gar nicht so rannen wir müssen nicht rannen in den ballen das ist aber gut gespielt von Oxford Chamberlain Oxford Chamberlain Bitte, befreit mich von Fleiß. Wir müssen nur dreimal auf dieses Wort. Nichts ist so schön wie zu Hause. Nirgendwo ist so schön wie zu Hause. Wenn ihr das sprecht, dann bin ich befreit. Dann bin ich bei euch zu Hause. Jetzt haben die alle abgeschaltet. Alle. Dann will ich das nicht aus Versehen sagen. Ich bin zurück zu Bord. Okay, konzentration. Hinten tiefstehen. Okay, geh dir die Knie. Uh, da. Ich geh raus. Nein, bleib gründen. Kaum haben wir keine Game Karten. Wir brauchen keine Karten. Ja, oder Tore. Lass uns lieber mal den Toren anfangen. Lass uns erst mal Tore schießen. Ich komm, irgendwie accessivität. Warum kaufen wir uns nicht einen der aggressivitäten? Ja, das heißt, dann können wir live. Wir haben einen, der heißt bei Gatzen. Oh Mann, die sind echt voll die Funny-Maker. Deine Witze sind echt kacke. Ich liege nicht. Das war's nicht. Oh, das war der. Also, kriegst du dich nicht. Ich fang auch mit den Game Karten. Nein, nein, nein. Okay, okay. Ich war jetzt noch ein Einmachbrot. Nenn ein Einmach, bitte. Ich fang auch mit dem Game Karten. Ja, war ein starkes Ding, ja. Das sieht man sehr selten bei FIFA, eine flache Planke. Wie? Was ist das selten? Selten! Oh, hat ihr Glück! Maki, unsere Rippen! Das ist ein echtes Pop-Spiel hier. Kannst du dich mal ein bisschen. Aha, ein Ding zu weit! Bumm! Der Klavu! Super! Der Kipp war super übergerissen. Das war kein Upset, das war mega geil. Super übergerissen. Da war aber zu weit die Wege. Soll ich mal eine kurze Ecke spielen? Ja. Also ich glaube zu dir, du spielst mir einen kurzen Pass. Ah, das war jetzt zu. Ich stehe neben dir. Ecke. Ich spiel hoch rein. Ecke. Hammer Messi! Du hast es eben schon gemacht. Ich nehme es jetzt 2-0. Du hast dich gefreut! Ja. 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 Warte ganz kurz. Ja. 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 länger in seiner gehen in dem mann ja dadurch geht es dann durch ich jetzt einmal klappt noch mal machen so war in der einen machen ein blister warum steht eigentlich nur verteidiger und steht die die was denn willkommen ist was denn die gehen über den ball verlieren über den ball willkommen über den ball ja 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 da geiler pass auf der eine wälder die die nicht mehr über die sie sogar abstoß sind die sie noch nicht das was sie mir hat sich über die doch niemand kann das bei FIFA mit Absicht machen natürlich das war ja keine gute Idee aber das war ein geiles aus Also du hast gesehen die Berge strümen?! Ernst? Wie ernst? Fabian? Ernst meiner Holtenautabarsch. Also die Stürmabteilung kann nicht mehr Wälle ausspauen. Also nicht mehr schnell. Warum kann ich die Wälle ranspielen? Oh schöne Gräte! Ich zeig dir immer eine. Wir haben den Ball und keine gelbe Karte, also noch nicht mehr. Warum soll ich was sagen? Die Leute, die zugucken, sie werden genug Kommentare unterschreiben und sagen, wie wir das finden. Oh, yes! War das Hammer gespielt oder war das Hammer gespielt? Kinsella lässt sich feiern. Kinsella ist schon feiern. Oh nein, die Knie sind kaputt. Drei Monate von dem. Auswechseln. War geil gespielt. Ja, aber geil gespielt. Dick, 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 tack. Und dann, und dann Tuch. Und der hält auch einfach mal den tollen Kinsella als Spirma, ne? Und schön flach in die Korne. Und das war aber nicht ein geiles Tor. Das war mit unser schönstes Tor diese Saison. Nur vom rausgespielten her war Lo in der Bode. Ja, ne. Also, eigentlich eher, ne. Eigentlich eher, hm, doch. Aber wir haben ja da draußen Leute, die können das entscheiden, ne? Es gibt wieder, wie letzte Saison, The Manking. Wie könnt ihr das bestimmen? Fragt einfach in die Kommentare, welche Kurve ihr auch vom FC am schönsten fandet. Okay, aber da gibt's noch ein kleines Video wieder vor. Aber soll man welche vorschlagen? Dann muss ich die heraussuchen. So suchen die drei sich das raus. Für mich. Dann sagen, welche Minute, in welchem Spiel. Ja, okay, dann lassen wir es auch. Ist doch viel geiler als wenn ich mir jedes Video nochmal angucken muss. Ich hab, wir haben schon dreimal gewechselt. Und kann denn nicht mehr... Nächst. Liegt links! Ja, der kann nicht mehr. Ganz oben, ganz oben! Weiter hoch konnte ich nicht. Wie soll denn noch weiter hoch? Der war ja nicht so weit hoch. Ganz oben, ich weiß. Ich wollte auch nicht hin. Gelbe Karte. Du kannst auch nicht aufhören. Ach, der war sauber. Ach, der war sauber. Okay. Und ich hab ein Buch rausgehoben. Jetzt schon. Hallo! Oh! Ja, dass er da fast gar nicht hin sollte, war der ganz schön schön. Komm. Kannst du bitte damit aufhören? Ich bin erschienen. Ah, schade! Nee, nicht schade. Was heißt denn? Was heißt denn? Was heißt denn? Wo ist man? Also ich glaube... Der ist hingefallen. Yes, Barbez. Wir sind einfach... Nee, das stimmt nicht. Wir sind einfach zu gut. Wir sind zu gut. Wir sind zu gut. Wir sind noch ein bisschen zu mindern, oder? Wir sind jetzt wieder los, ey. Eigentlich bin ich noch dafür zuständig. Ich bin so ein Scheiß, ey. Bisher? Bisher wurde es nur du gesehen. Gehört. Gehört. Gesehen gehört. Ohne Witz. Was ist denn mal, ey? Das ist das Eierkasten und das andere. Du musst das gleich mal anhören! Ah, nein! Ja, nee! Geh, du. Ja, klar! Und ich mach ihn weg! Ich mach ihn weg! Und vorhin, dir wird geil! Echt, du rennst nicht? Was machst du? Rückwärts? Oder macht's Rückwärts Schritt? Ich renne voll völlig. Echt? Was ist das? Wir haben gewonnen! Hey! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir sind jetzt... Ich hab' mit... Ende, Ende, Ende. Nee, ist Ende. Nur an dieser Stelle ist jetzt Ende. Oh nein! So, man kann nur sagen, das war erfolgreich. Drei Spiele, drei Siege, drei Tore. In jedem Spiel, fast. Das war doch nicht erst das dritte Spiel, oder? Vier, drei, so. Drei Tore in jedem Spiel. Vier, drei, zwei. Boom. Ja? Auf Wiedersehen! Macht's gut, Leute! Ah, nee, jetzt bin ich erst wieder. Ciao, mehr gegen dich stattdessen. Hey, Leute, wie geht's euch? Guck mal, nee, erstmal nichts. Diesmal hatten wir, und wir hatten mehr Zweikämpfe und mehr Ballbesitz. Wir haben trotzdem gewonnen. Und wir hatten weniger Passgenauigkeiten. Ich verstehe das. Und wir hatten keinen Zweikampf. Ah, nee, wir hatten keinen Foul, keinen Geograf, keinen Ruf, keinen Verletz, keine Abzeit. Guck mal, wir haben sieben Schüsse, sieben Schüsse aufs Tor, sieben Zweikämpfe. Das ist deine Zahl. Ich glaub, das ist ein Fehler im Spiel. Und mit diesen klugen Scheißerworten... Auf Wiedersehen! Macht's gut, Leute! Ich hab's gut gemacht. Ich hab's gut gemacht. Ich hab's gut gemacht. Ich hab's gut gemacht. Auf Wiedersehen. Undreb took?! Wir **** Untertitelung des ZDF für funk, 2017